Hi, ich bin Christoph von XS2Anima und ich zeige euch in diesem Tutorial, wie man die Unreal Engine 5 mit der MetaQuest 3 verbindet, um seine eigenen Projekte mit der Quest alleine ausprobieren zu können. Dafür setze ich allerdings ein paar Dinge erst einmal voraus. Einmal müsst ihr die PC Oculus App installiert haben und über Direct Link direkt auf eure Brille zugreifen können. Dann, dass Unreal 5.2.1 installiert ist und außerdem müsst ihr ein Oculus Entwicklerkonto und dort auch eine Organisation erstellt haben. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie diese Dinge funktionieren, schaut euch mal ein wenig im Netz um. Dort findet ihr jede Menge Anleitungen darüber. So, das erste, was wir nun tun, ist den Entwicklermodus im Handy zu aktivieren. Dazu müsst ihr eure MetaQuest 3 angeschaltet haben, sodass sie in eurem Handy in der MetaQuest 3 App gefunden wird. Dort geht ihr dann auf Brille und dann auf Headset Einstellungen, dann auf Entwicklermodus und den schaltet ihr an. So, das wäre geschafft. Als zweites benötigt ihr die Oculus ADB Treiber. Die sind dafür da, damit euer PC mit eurer Brille kommunizieren kann. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr sie direkt auf der Webseite von Oculus herunterladen und installieren. Oder aber, und das würde ich euch raten, das MetaQuest Developer Hub zu installieren. Das ist eine Entwicklerumgebung, die ihr sowieso gut gebrauchen könnt. Hier findet ihr dann auf Download, Other Packages, die Oculus ADB Driver, die ihr direkt hier auch installieren könnt. Wenn ihr kurz ausprobieren wollt, ob die Installation geklappt hat, startet die DOS-Umgebung und gebt hier direkt ADB Devices ein. Nun sollte eure Meta 3 gefunden werden. Schritt 3 wäre dann die Installation von Android 4.0. Den Link dazu werde ich unten in die Beschreibung packen. Wenn ihr die Version 4.0 von Android installiert habt, könnt ihr unter More Actions den SDK Manager starten und dort müsst ihr nun einige weitere Dinge installieren. Als erstes schauen wir uns die SDK-Plattforms an. Unten rechts könnt ihr hier die Packages Details aktivieren. So, hier müsst ihr ein wenig nach unten scrollen und bei Android 12.0 stoppen. Macht bei folgenden einen Haken. Einmal SDK-Plattform 32, dann Sources for Android 32 und bei ARM64 V8a. Dann könnt ihr als nächstes oben auf die SDK-Tools gehen. Auch hier müsst ihr unten rechts Show Package Details aktivieren. Und hier habe ich dann folgendes zur Installation aktiviert. Einmal 32.1.0, 32.0.0, 30.0.3 und 29.0.3. Dann bei NDK weiter unten 25.1. Dann benötigen wir noch die Kommando-Lines. Hier nehme ich die Version 10 und 11 und bei CMake ist es 3.10. Und dann noch die beiden Android-Emulatoren und die Android-SDK. Dann habe ich noch den USB-Driver und den x86-Emulator von Intel bestätigt. So, wenn ihr das alles erledigt habt, dann könnt ihr auf OK drücken und das Ganze installieren und schließen. Nun müsst ihr den Installationsordner von Unreal 5.2 aufrufen. Und dort unter Engine, Extras und Android findet ihr eine Setup-Android-Batch-Datei. Und dann habt ihr die Installation von Android 4.0 auch schon abgeschlossen. Schritt 4. Visual Studio von Windows herunterladen und installieren. Den Download-Link dazu packe ich euch unten auch wieder in die Beschreibung. Wenn ihr dieses Fenster seht, klickt auf Ohne Code fortfahren. Nun oben Extras auswählen, Tools-Features abrufen und der Visual Studio-Installer wird aufgerufen. Hier müsst ihr in Workloads ein paar Dinge noch nachträglich installieren. Das ist einmal die Net-Desktop-Entwicklung, dann die Desktop-Entwicklung mit C++, dann die mobile Entwicklung mit C++ und die Spiele-Entwicklung mit C++. Dann könnt ihr das Ganze auch wieder schließen. So, Punkt 5. Ihr müsst noch Java herunterladen und installieren. Auch dazu packe ich euch den Link dafür wieder unten in die Beschreibung. Und zu guter Letzt müsst ihr dann noch das MetaXR-Plugin herunterladen und installieren. Auch dazu bekommt ihr wieder einen Link von mir unten in die Beschreibung. Wenn ihr dieses installiert habt, entpackt ihr es und schiebt den Ordner mit den Dateien nach Unreal Engine 5.2, Engine, Plugins, Marketplace. So, alle Vorbereitungen sind geschafft und ihr könnt Unreal starten. Hier könnt ihr jetzt unter Games entweder ein leeres Projekt erstellen oder, wenn ihr gleich etwas zum Austesten haben wollt, könnt ihr auch auf das VR-Projekt gehen. Das mache ich mal. Dann muss ich dem Ganzen noch einen Namen geben und OK. Jetzt müsst ihr als erstes bei den Plugins euer MetaXR-Plugin aktivieren und wenn ihr das gemacht habt, das Ganze nochmal starten. Nun benötigt Unreal noch ein paar Projekteinstellungen und dazu geht ihr auf Project Settings. Als erstes schauen wir hier mal unter Project bei Maps & Modes. In diesem Fall ist sie schon eingestellt. Hier müsst ihr euer Starter-Map aktivieren. Das heißt, das Level, das als erstes gestartet werden soll. Dann als nächstes können wir bei Plugins MetaXR ein paar Einstellungen vornehmen. Hier ist die XR-API auch schon richtig eingestellt und dann könnt ihr hier unter Supported MetaQuest Devices die Quest 3 einstellen. Nun gehen wir etwas höher auf Platforms Android. Erst einmal ganz oben beim APK-Packaging aktivieren, sodass der rote Balken grün wird. Dann müsst ihr bei Minimum SDK 29 eingehen und bei Target 32. Dann etwas weiter unten bei KitKat. Und noch etwas weiter runter sollte der Support Vulkan aktiviert sein. Direkt darüber den Support von OpenGL bitte deaktivieren. Noch weiter unten gibt es das Package für Oculus Mobile Devices. Hier bitte die Oculus Quest 2 einstellen. Das war es hier. Dann gehen wir jetzt direkt auf Android SDK. Hier müsst ihr eure Pfade zum SDK, NDK und JavaScript einstellen. Das heißt, die Pfade auf eurer Festplatte, wo ihr dieses installiert habt. Und dann gibt es noch den SDK-API-Level. Der ist Android 32 und der NDK ist Android 29. Unter Engine Input gibt es das Default Touch Interface. Das muss auf None eingestellt sein. Das heißt, sollte hier etwas eingestellt sein, bitte einfach löschen. Und unter Engine Rendern müsst ihr auch noch ein paar Einstellungen überprüfen. Hier sollte das Mobile Anti-Aliasing auf MSAA eingestellt sein. Und das Mobile HDR deaktiviert. Und das Multi-View aktiviert. So, das sollte es erstmal gewesen sein. Wenn ihr jetzt mit dem Direct Link die Quest mit dem PC verbunden habt, könnt ihr oben in der Unreal-Leiste die VR-Preview starten und solltet euch dann nach kurzer Zeit in der VR-Umgebung wiederfinden. Nicht wundern, Hände habt ihr jetzt noch nicht. Die müsst ihr noch in den Project Settings im Bereich Input dann einstellen. Wenn ihr jetzt das Level auf eurer Quest 3 hochladen wollt, um es dort ohne den PC auszutesten, geht im gleichen Dropdown-Menü unter Quick Launch auf Quest 3 und dann nochmal Quest 3. Hier sollte unten rechts am PC-Monitor nun nacheinander verschiedene Prozesse eingeblendet werden und dann, es dauert das erste Mal schon recht lange, irgendwann dort Running stehen. Nun könnt ihr die Verbindung zwischen PC und Brille trennen und die Daten sind auf eurer Quest 3. Diese könnt ihr jetzt auch immer direkt aus der Brille heraus starten. Dazu geht ihr auf eure App-Library, oben auf alle Apps und unten erscheint dann Unknown Sources. Wenn ihr das anklickt, findet ihr hier eure hochgeladene App und könnt diese starten. So, dann viel Spaß beim Austesten. Bis zum nächsten Mal.